Hey Leute, ich mach gerade ein Minecraft-Video, weil das noch niemals verwirkt getan wurde zuvor! In dieser Episode ein neues Abenteuer, denn Max de Schwule Dildo baut ein Boot! ... Scheiß auf Dragon Age und all die anderen RPG, RPS, FPS, SS, Triple K und HT um verschissenen Games. Denn Minecraft ist voll mit verschissen verfickten Fangen! Überzeug dich doch selbst, Herr Schmutz! BIST DU JETZT GEKOMMEN? Nyaaau nyaaau! Minecraft! Nur 20 Mäuse! Nyaaau! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.